Musik Hättest du dir auch echt denken können, dass es Leute gibt, die dir das Schwachwerk gönnen? Die wollen dann gleich mal deinen Fahrausweis sehen und du gibst ihnen sachlich nett zu verstehen. Ich bin privilegiert, einer der einen Fahrausweis nicht braucht. Nenn mich Kanzler, König, Kaiser oder von mir aus auch durchlaufen.